Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider Mists of Avalon in Laras Anwesen. Ja, mein Bruder hat mir durch die Wand zugehört und hat mich gerade für das Secret gelobt, das ich gefunden habe. Und der hat mir gerade nochmal gesagt, dass der Brief, den wir da gefunden hatten, ein anderer war als den, den ich mit der Karte, mit dem Kreuz vorgelesen habe. Und zwar ist es ein Brief von Winston an Lara und der ist auch gar nicht so unwichtig für dieses Level. Und zwar, guten Tag Lara, da ist frischer Orangensaft in der Küche. Wenn du dir einen schmackhaften Smoothie machen willst, kombiniere das mit verschiedenen Früchten. Deswegen haben wir auch die Banane gefunden, weil ich habe schon gedacht, hey, was wollen wir damit? Und wahrscheinlich können wir dann wirklich das kombinieren und mit dem Smoothie Maker irgendwie dann machen. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn du schwimmen gehst, denke daran, dass heute Süden und Norden safe sind. Ja, das haben wir gerade selber festgestellt, als wir aufgespießt wurden. Ähm, genau, das war da auch nochmal geschrieben. Und hier steht dann, you're truly Winston. PS, der rote Code ist der Tag des Geburtstages von Lara, falls du ihn brauchst. Also, falls wir einen roten Code irgendwann brauchen, müssen wir Laras Geburtsdatum eingeben. So, wer weiß das von euch? Wer kennt Laras Geburtsdatum? Schreibt es in die Kommentare. Wenn wir dann bei diesem Code sind, kommt die Auflösung. So, na gut, ihr könnt es theoretisch auch googeln. Aber seid fair und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wirklich wisst. Gut, da haben wir sogar ein Sprungbrett. Also, das ist schon echt krass. Da springen wir auch mal nachher runter, damit wir dieses Schwimmbad hier mal so vollends ausgenutzt haben. Aber, bevor wir hier so Späßchen machen, müssen wir erstmal da hochkommen. Frage ist, wie? Vielleicht können wir das hier über diesen Fisch machen. Wenn Lara da hochkommt, jawohl, dann läuft das. Dann können wir nämlich einmal da rüber und einmal da rüber. Ich glaube, im Endeffekt ist es wurscht. Hauptsache, wir kommen irgendwie rüber. Und dann schwingen wir uns da mal hin. Jawohl. Und haben hier eine Kette. Ziehen wir die mal. Okay. Hast du jetzt was gebracht? Jetzt machen wir gerade erstmal hier einen Köpper, weil wir hier im Schwimmbad sind. Da wollen wir das natürlich ausnutzen. Wunderbar, Lara. Das war ganz toll, wie du das gemacht hast. So, das musste jetzt einfach sein. Und dann gehen wir weiter. Aber auf die andere Seite, da gibt es nämlich auch noch eine Kette. Wahrscheinlich müssen wir die da genau so ziehen. Und dann tut sich wahrscheinlich was. Ach so, jetzt sind wir hier runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm. Minimalst Leben verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe nämlich wieder diesen weißen Balken drüber und ich sehe kaum die Lebensanzeige. Nur minimal. So, jetzt ziehen wir mal das. Ah. Ah, das ist natürlich sinnvoll. Cool. Dann müssen wir aber da rüber. Das ist echt voll cool. Aua, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leben verloren. Und jetzt kommt voll die geile Mucke im Hintergrund irgendwie. So Bass-mäßig. Und jetzt macht das Sprungbrett auch nochmal irgendwie Sinn, darüber zu kommen. Cool. Also, das hat hier echt was. Ich bin voll begeistert von diesem Level hier. So, ein Training haben wir noch nicht gemacht. Und zwar das hier. Das musste jetzt auch noch getan werden. Und was finden wir? Ein Teil eines Schlüssel? Ein Schlüsselbad. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch den Hauptschlüssel finden und das miteinander kombinieren. Das muss wir getan haben. Sorry dafür, Lara. Gut, das heißt, diesen Raum hätten wir dann anscheinend auch erledigt. Und können jetzt die andere Seite des Anwesens uns anschauen. Möchte aber nochmal kurz zurück in die Küche. Ob wir vielleicht doch noch irgendwo Früchte mitnehmen können, was vorhin Lara nicht genommen hat. Weil wir haben das jetzt ja nur Bananen. Vielleicht kann sie auch einen Apfel und einen Orange mitnehmen. Aber jetzt sind wir leider auf die Küchentheke gejumped. Das sollte wohl so nicht sein. Das nimmt Lara nicht. Aber wir gucken ja mal weiter, ob irgendwo noch Obst liegt. Wie hier zum Beispiel. Vielleicht nimmt sich da Lara doch eine Orange noch weg. Oder können wir hier drauf springen? Ne, auch das geht nicht. Da können wir jetzt durchlaufen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Hier können wir auch nicht. Es sei denn, wir können auf den Tisch drauf. Das geht aber auch nicht. Alles klar. Dann haben wir, denke ich, alles probiert, was geht, um an Früchte zu kommen. Haben bis jetzt nur Bananen. Aber wir finden bestimmt woanders auch noch was. Ich meine, die Villa ist ja groß. Daran soll es, glaube ich, erstmal nicht scheitern. Gut, dann schauen wir uns diesen Flügel mal an. Gucken, was Lara noch so alles Nera Bonsen Villa so am Start hat. Hier geht es in eine Art... Was ist das? So ein Esszimmer anscheinend, oder? Was ist das eigentlich? Ist das Uzi-Munition? Desert Ranger Ammo. Okay. Finden wir wahrscheinlich noch ein Fanklas und müssen dann... Also ein Laserzielgerät und müssen dann nochmal irgendwie... Was einschießen. Guck mal da, nimmt Lara sogar die Weinflasche mit. Ich wusste doch immer, dass Lara nur am Saufen ist. Was kann Lara damit machen? Eine leere Flasche. Die müssen wir vielleicht mal mit Wasser füllen. Dass das so als Feldflasche fungiert. Natürlich sind die ganzen Flaschen, die rumstehen, auch leer. Und Lara, die alle schon gesoffen hat, beziehungsweise die sind, glaube ich, zu. Aber das ist schön, dass hier zwei rumstehen. Weil da sieht man nämlich schön dran, dass bei der einen zwei stehen, bei der anderen nur eine. Und dass man wahrscheinlich eine davon dann nehmen kann. Das ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis. Oh, da ist Lara erstmal langgestolpert. Ja, ich überlege gerade, können wir das vielleicht schon mal irgendwo auffüllen mit Wasser? Aber wir warten nochmal, weil ich gerade nicht weiß, wo man im Wasser stehen kann. Und durchs Wasser warten kann. Ich glaube, das hatten wir jetzt noch nicht an irgendeiner Stelle. Bin mir aber auch nicht sicher. Aber wenn das hier ein Aquarium ist, geht das vielleicht da. Ach hier, da haben wir es doch schon. Genau sowas habe ich besucht. Ja, perfekt. Können wir das vielleicht auch... Ähm... Ne, das können wir nicht kombinieren. Das ist auch eine schöne Stelle hier. Aber da sieht man wirklich wieder mal dran, dass Lara einfach zu viel Platz in ihrer Bude hat. Sonst macht man sowas nicht. Aber es sieht mega schön aus. Und ich glaube, jetzt kommt mein Highlight von... Ah ne, es ist ja kein Aquarium. Ich dachte, es ist ein Aquarium. Aber trotzdem. Cool. So voll tropisch. So ein Garten innerhalb der Villa. Wie so ein Gewächshaus. Ja, das sind so diese Tomb Raider 1 Bäume. Aus dem verlorenen Tal. Und schön. Auch immer nicht schlecht. Ja, das ist natürlich mit den Pflanzen mega. Das war bei Himalayan Mysteries schon so. Mit diesen exotischen Pflanzen im Starship und so. Ist das eine Kokosnuss? Ah! Das können wir jetzt kombinieren. Und dann wahrscheinlich shaken. Cool. Richtig schöne Blumen hier. Schmetterlinge vor allem. Das gefällt mir so gut, Leute. Wie schön ist das bitte? Wie schön. Kann ein Level sein. Wahnsinn. Hier ist eine Plattform. Die wird sich bestimmt mal irgendwie verändern. Dass wir damit interagieren können. Sieht einfach so geil aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Auch diese Pflanzen hier auf dem Boden. Diese großblättrigen Dschungelpflanzen. Ich dachte, da lag was, aber es waren Laras Füße. Guck mal, da ist noch eine Kokosnuss. Oder kann man die nicht mitnehmen? Ach, die geht nicht mitnehmen. Die will Lara nicht. Jetzt Lara auch noch sehr, sehr penibel, was das angeht. Die nimmt nur die exquisiten Kokosnüsse mit. Und Früchte. Nur nach ihrem Gusto. Ja, Lara kann es sich ja leisten. Hier scheint doch ein Schalter zu sein. Guck mal an. Ein Skarabeos-Schalter, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit Flügeln. Auch cool gemacht. Gibt hier was? Ach, noch eine Kokosnuss. Aber die kann Lara auch nicht mitnehmen. Da ist noch so ein Schalter. Also im Wasser ist auf jeden Fall nichts. Hier auch nicht, wenn ich richtig sehe. Ziehen wir mal den zweiten Schalter noch. Und dann fahren wir das Ding hoch. Das Geräusch dazu war aber sehr cool. Ich finde hier alles cool, Leute. Ich kann wieder nur loben, loben, loben. Das ist so schön. Ich kann gar nicht aufhören, mir das anzuschauen. So schön ist das. Echt ein Traum. So, dann klettern wir mal hier hoch. Hier hat man auch noch mal eine schöne Sicht auf das Ganze. Und können dann hier weiter hoch. Okay, dann müssen wir ein bisschen näher an die Kante. Machen wir es mal so. Und rauf mit uns. So, hier haben wir den nächsten Hebel. Das sieht man auch ganz schön in Skarabios. Ah, das ist so eine Druckplattform im Wasser. Und er öffnet da drüben ein Gitter. Oder fährt eine Leiter nach oben. Ah ja, verstehe. Kennt man doch gar noch, wenn man Tomb Raider Himalaya in Mr. Beast gespielt wird. Aus dem Klosterlevel. Da gab es auch so Leitern, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben sogar zwei Leitern. Eine links, eine rechts. Aber das führt wahrscheinlich eh wieder zum selben Ort am Ende. Da sind dann Fensterscheiben. Probieren wir mal hier hochzuklettern. Die Kameraführung ist auch cool gemacht in dem Spiel. Ja, da sieht man wirklich, dass es Thai-Tag wirklich sehr drauf hat. Wie Morgana Makaber und ich finden eine Künstlerin. Eine wahre Künstlerin. Seht ihr das auch so? Bestimmt. Ach, da muss wahrscheinlich Wasser rein, könnte ich mir vorstellen. Probieren wir mal, unsere Wasserflasche da rein zu kippen. Hat sich gut angehört, oder? Aber das war, glaube ich, noch nicht alles. Kann man da vielleicht zweimal Wasser rein kippen? Oder auf der anderen Seite nochmal? Problem, erstmal die andere Seite. Das scheint mir realistischer zu sein. Und dann kann man wahrscheinlich da irgendwie rüberkommen. Dass da noch so eine Plattform aus der Wand kommt. Ja, probieren wir das mal aus. So, einmal zu dieser Leiter rüber. So ein schöner Garten im Haus. Wenn sie da sogar schon Schmetterlinge angesiedelt haben. Krass. Hier kann man die Flasche auch wieder füllen, wenn man das möchte. Da liegt Medipack. Guck mal an. Ist immer gut, wenn man mal genau hinschaut. Da haben bestimmt auch schon mal sowas übersehen. Mittlerweile. Aber sowas in so detailreichen Leveln übersieht man sowas total schnell. Wenn man dabei noch redet und kommentiert, bin ich sowieso dann verpeilt. Sowieso voll und unmultitaskingfähig und übersehe die offensichtlichsten Dinge. Aber mein Gott. So ist das. Man kann halt nicht alles können, ne? So, Wasser rein. Das war daneben gekippt. Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen zentraler stellen. Probieren wir es nochmal. Das war wieder nix. Vielleicht ein Ticken weiter rechts. Jetzt aber. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Da muss wahrscheinlich Fruchtsaft rein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich uns den Smoothie machen. Weil auf der anderen Seite nur Wasser rein muss. Und auf der Seite muss wahrscheinlich Smoothie rein. Äh, da ist ja ein Fisch drin. Witzig. Beißt der uns? Das will ich jetzt mal wissen. Ach ne, die sind nett. Oder? Tun uns gar nix. Die sind ja auch richtig schön. Ich glaube, die schönsten Fische, die ich bei Truefader bisher je gesehen habe. Gut, dann versuchen wir uns mal ein Smoothie zu mixen. Ich glaube nicht, was ich gerade in Wirklichkeit sagen wollte. Ich habe es aber gerade so noch die Kurve gekriegt und nicht über die Lippen gebracht, was mir fast rausgerutscht wäre. Weil ich gerade an den Whisky-Mixer gedacht habe. Der frische Whiskys mixt. Der Zungenbrecher, falls ihr den kennt. Ansonsten vergesst es einfach. So, probieren wir das doch mal. Das sieht auch gut aus. Das ist schon echt geil, oh. Das ist echt krass. Jetzt haben wir Tropical Fruit Smoothie aus Kokos und Banane. Sag mal so, ich bin jetzt so der Kokos-Fan tatsächlich. Aber so Kokos-Milch oder so Kokos-Wasser, irgendetwas gemischt oder auch eine Suppe zum Abbinden. Gerade so von asiatischen Gerichten mag ich Kokos sehr gerne. Was ich gar nicht leiden kann, ist so Kokos-Flocken-mäßiges Zeug, wo man so drauf rumkaut. Bounty finde ich ganz, ganz fürchterlich. Oder Raffaello oder sowas. Das kann ich beim besten Willen nicht essen. Oder wenn irgendwas mit so Kokos-Streusseln gemacht ist oder ein Kuchen oder so. Oder auf so Kokos-Spänen rumbeißt. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Kokos-Milch geht wieder rum. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mir der Smoothie sogar schmecken würde. Banane ist sowieso dann wahrscheinlich viel mehr im Vordergrund. Und schmeckt sowieso hauptsächlich nach Banane, dieser Smoothie. So, dann versuchen wir mal, ob unsere Theorie stimmt. Und füllen unseren Smoothie da rein. Anstatt ihn zu trinken, Clara, aber na gut. So, jetzt ist der Smoothie da drin. Ich finde es echt witzig. Und jetzt können wir darüber auf die andere Seite. Und da finden wir wahrscheinlich den zweiten Teil vom Schlüssel. Könnte ich mir vorstellen. So, hier sind zwei Hunde. Oder sind das Katzen? Katzen, oder? Große Tempelkatzen. Und jetzt können wir den Schlüsselbad mit dem Schlüsselkopf verbinden. Achso, das war falsch. Das. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo muss der hin? Ich schätze mal zur großen Haupttür. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Versuchen, ob der Schlüssel da reingeht. Weil ich glaube, hier haben wir jetzt alles gemacht tatsächlich. Und schön, wie auch überall diese Wappen hier hängen, ne? Ist schon cool. Und ich würde auch echt mal langsam frieren an Laras Barfüßen. Weil die sich auf diesen kalten Stein hier rumdappelt. Aber dass die Frau hart im Nehmen ist, das müssen wir ja sowieso alle. Ach, hier. Da passt der Schlüssel tatsächlich rein. Dann sag ich mal, renn damit. Und gucken, was passiert. Nächster Teil. Ah! Was hat sie gerade gesagt? Ach, wir müssen wahrscheinlich dann wieder mit einem Schlüssel zurückkommen. Geht das? Ne, ne? Also das hat mir mein Bruder auch schon gesagt. Das erste Level ist in zwei geteilt. Also wir haben... Moment. Fünf Level insgesamt. Und es gibt zwei Villa-Level. Und in dem zweiten, das ist anscheinend deutlich größer, gibt es fünf Secrets zu finden. Downstairs. Jetzt sind wir wahrscheinlich in den Keller-Gefilden dieses Anwesens unterwegs. Haben hier wieder zwei Richtungen, die wir gehen können. Hier liegt auch was, oder? Ach, das sind die Ratten, von denen Lara geredet hat, oder? Sind das Ratten? Was ist das? Ach, die Flasche ist runtergefallen, oder? Haben wir die Flasche noch? Nö. Ich glaube, Lara ist die Flasche runtergefallen. Witzig. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das zweite Level, den zweiten Teil dieses Croft-Mainors, in der nächsten Folge an. Und sehen uns dann hier wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.